I put this bitch in the back, down, I just see four right on top, rails, double definitely, why you beat me down, leave in the seat with no... Bereit ist den Verbrechern zu zeigen, Chase? Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Natürlich. Der Letzte zahlt einen Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! Und damit moin Leute, herzukommen auf den Gnastanokabing. Und heute spielen wir, wie ihr ihn sehen könnt. Eine Runde Lego City Undercover. Und ja, heute spielen wir das mal wieder. Nö, das mach ich. Beigeschaltet, Navigation. Okay. Das freut mich sehr. So, wir müssen jetzt zum Chevy Irgendwatt fahren. Ja, Honey. Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Na, er hat sich verfahren. Perfekt. Wie schafft man das, sich zu verfahren? So, jetzt kann ich fahren. Aus dem Weg. Hier kommt die Polo-Zei. Okay. Let's go. Mit erhobenen Händen rauskommen. Was zum Schlauens. Ich glaub, da wurde er elektriziert. Okay, ich glaub, ich soll den verfolgen, der. Was war das? Warte, war ich. Ich muss nicht hinlegen. Aua. Komm. Speed, speed, speed. Der hat nur noch ein Herz, Junge. Wow. Wow. Was? Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Lecker. Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das, oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Wo meine Polizeidrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit, und der gesamte Verkehr steht still. Okay, fangen wir mal hin. So. Okay, ich muss hier hoch. Okay, ich muss hier hoch. Okay, ich muss hier hoch. Aha. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Okay. Clown-Scan-Punkte zeigen dir an, dass sich ein Verdächtiger in der Nähe befindet. Na schön. Ich weiß aber nicht, wie das aufgeht. Ah, hier. So. So. Ja. Ich bin doch hier. Ach hier, da. Naja, ich habe ihn schon gesehen, da. Ich denke daran, die rote Markierung auf der Minikarte zeigt dir an, dass ein Räuber sich versteckt oder versucht zu entkommen. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Officer. Hier drinnen oder was? Oh, hast mich fast erwischt. Na, 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 na. Was machst du denn da unten? Na? Soll ich da jetzt da hochkommen? Hier. Kannst du nicht so hoch springen, hä? Du machst es mir echt nicht leicht, professionell zu bleiben. Hi, 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 hi. Uh, hu. Ha, ha, ha. Kommst du hier nicht hoch? Komm und hol mich doch. Junge, dieser Clown. Na, 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 na. Mach's gut. Mach's gut. Na, jetzt geht er weiter, hä? Jetzt geht er weiter, hä? Ey. Mann. So, jetzt. Nur ausgezeichnete. Ey, Hans, knetter doch an der Bodenranke hoch. Oh, hoppla. Kaputt gemacht. Wow. Äh, war mal geschrottelt. Okay. Okay. Geh hier dran. Danke. Drehen. Drücke X, um Lego-Objekte auseinanderzubrechen. Hä? Hier. Jetzt muss ich das hier überall kaputt machen, oder wat? Ich freue mich so, auf das Futter nachher. So. Ah, jetzt komme ich da hoch. Okay. Boah. So, jetzt. Okay, jetzt kann ich hier hochklettern. Nice. Das mache ich aber. Oh, so ein Mist. Halt, oder ich laufe dir weiter hinterher. Verzieh dich. Ich bin ein unschuldiger Clown. Halt, Polizei. Du kriegst mich nie. Und mehr schlafen. Bam. Okay. Wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Ähm, die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schiefläuft bei dem Überfall. Und, kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Äh, sicher. Wow. Das war wirklich die weiche Tour. Hm. Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ähm, ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Okay, jetzt muss ich... Ich brauche dein Auto. Ich brauche dein Auto. Okay, dann fangen wir mal zu dem. Kling. So. Zack. Ach, ich muss da runter. Nein. Geh nicht kaputt. Aua. Gut, dann laufe ich da eben kurz hin. Ist er nicht mehr so weit, tatsächlich. Dann laufe ich einfach mal kurz da hin. Ja, aber ich kann gerade nicht in einem Fahrzeug steigen, Kollege. So. Okay. Jetzt muss ich da wieder suchen. Kann ich hier hoch, jo, ne? Perfekt. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, man kann hier vieles machen, ne? So, finde ich den diesmal hier. Da hinten ist das rot. Kann ich denn suchen? Ah, hier mit. Scannen wir den mal. Na, klasse. Wie soll ich denn da reinkommen? Suche einen Weg auf dem Weg, um dann auf das Schiff zu bewegen. Oh, hey, Officer. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss das Tor aufkriegen. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach. Okay. Okay, jetzt muss ich da hin. Gehen Sie da oben durch die Tür und verraten Sie dem Vorarbeiter nichts davon. Das ist gegen die Sicherheitsvorschriften. Schwarz. Hey, besten Dank. Und nicht vergessen. Kein Wort zum Vorarbeiter. Einfach weg. Direkt aus meiner Hand. Äh, Verzeihung. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie. Weil mir eine Möwe mein Sandwich gemobst hat. Ich gehe es für Sie suchen. Sie erkennen mein Sandwich an der Größe, die Sandwich zu haben. So, Leute, da bin ich nicht wieder. Ich muss nämlich kurz weg. Aber bin wieder da. Falls Gurke drauf ist, ist es nicht mein Sandwich. Okay, falls Gurke drauf ist, ist es nicht sein Sandwich. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, ist es mein Sandwich. Okay. Gib mir das Sandwich, du fliegende Ratte. Sieht ein wenig eklig aus. Mein Sandwich. Haha. Mein. Larry. Der Typ hier will aufs Schiff. Hilf ihr mal. Klar doch, Boss. Okay. Jetzt helfen die mir, dass ich da hochkomme. Perfekt. Okay. Ah, ja. Ah, ein Polizist. Nicht bloß irgendeiner. Bin heute in Spitzenform. Okay, let's go. Komm, schwimm schneller. Mein Bruder ist ja schnell weg. So, verfolgen wir den mal hier. Den Burschen. Und zack. Und zack. Damit habe ich auch diese Aufgabe erfolgreich geschafft. Fall beendet. Nice. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Ihr seht schon, ich bin jetzt Kapitel 2. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meine Sonsolver vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, also euer Sadow. Ciao, ciao.